So, dann lenken wir mal los. Ähm, können wir jetzt? Ja, wir können. Wir sind jetzt hier. Wie heißt diese Top-Innie? Ähm, lass mich gucken. Fer-Lies. Fer-Lies? Fer-Lies? Die heißt nicht Fer-Lies? Fer-Lies. Fer-Lies, ja, dann sprech das doch bitte vernünftig aus. Ich meine, ich hab gerade einen Kaugummi im Mund. Komm jetzt mal an hier. Ach, scheiße. Ich seh nicht. Ich hüpfe mal rein. Ja. Ich glaubst du echt, ich kann die Quest annehmen. Ja, ernsthaft jetzt. Ja, ich kann sie noch nicht annehmen. Echt nicht? Nee, ich bin noch zu klein. Ich glaub, das kann ich erst erst 20. Ich nehm die an. Ja, denn, ne? Mensch, Mensch, ja. Wieso hab ich diese Quest nicht gemacht? Jetzt alles ruf. Sieht, Togga, uhu. Das ist ja eh Mensch. Nee, Quatsch, du bist 11, ne? Ja, du kriegst auch gar nicht mehr mit. Stimmt. Ja, ich krieg echt gar nicht mehr mit. Wie sehen denn Menschen bei dir ausbildet? Ah, also so spät. So spät. Spät hast du das mit, ey. Hier im Norden spielt man das immer mit eh. Ja, ihr habt da keine, ey. Stimmt, es gibt's keine, ey. So, ich mach' noch mal alles klar. So, ich kann ja gar nicht los, nicht auf der Ausgestellte. Na, es lohnt sich eh nicht. Also, lohnt sich eh nicht. Goldtechnisch. Boah. Aber schön, dass ihr hier mitmachen. Ja. Ja, Abschaumlachrotes Kloster lohnt sich das ein bisschen. Irgendwie nuschelst du ein bisschen. Das klang wie Abschaumlachrotes Kloster. Ich nuschel überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Spreche ich jetzt deutlich genug? Äh, du sprichst so feucht, äh, so deutlich, meine ich. Bitte? So deutlich, dass es schon klingt, als würdest du so aufs Mikro spucken. Okay, eventuell liegt das an meinem Kaugummi. Ist okay. Bin ich zu stark am Nuscheln? Ne, man, ja, ein bisschen. Sag mal, nimmst du eigentlich auch? Ja. Hab ich doch gesagt. Ja, okay, hallo Internet. Hello. Ja, ich will immer einen Millionen Fans zeigen, wie es abgeht hier, ne? Ja. Deinen drei Milliarden. Ja, knapp. Zack. Oh, ich bin eingriffen von einem kleinen Stein-Elementer. Oh, fast gestorben. Hast du aufpassen? Das ist eine gefährliche Indie, das sind ja einfach so. Ja, ich hab hier so ein kleines Schild. Hier, fuhre mal durch. Oh. Sind wir hier richtig? Guck mal, wie schön das ist. Oh, nein, ich kann nicht, ich kann, hä? Ich kann Sühne nicht auf dich wirken. Warum das denn nicht? Warum sollst du nicht notwendig ist? Ach ja, stimmt, ja, du hast volle Gesundheit. Aber ja, seit wann spiele ich das Spiel eigentlich? Okay, normalerweise hättest du mir jetzt diese Frage gestellt. Na, ich wollte sie mir verkneifen. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Ja, du wolltest mich nicht bloßstellen, das ist schon okay. So, liebe Gemeinde. Ich bin ein Loob. Ah, okay. Das lassen wir unkommentiert. Das lassen wir jetzt unkommentiert. 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 Also, du, nicht nur, dass du nuschelst wie ich, Hölle. Können wir nicht einfach mal so tun, als ob die... Sondern du hörst auch noch Tiere schwer. Halt, scheiße, ich muss da was mitnehmen. Oh, wieder zurück. Ähm. Ich brauche den Feuerkern von... Ich will dieses... Diese Auftakt nicht einfach löschen und so neu machen. Ne. Okay, hallo Internet. Ach, Mann. Das ist absolut ungefiltert. Das ist absolut ungefiltert, ja. Scheiße, ey. Ah, jetzt muss ich sie auch... Ja, gut, jetzt muss ich mich jetzt mal zusammenreißen. Ja, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich reiße mich jetzt zusammen und ich werde in Zukunft kein Kogummi mehr kauen, wenn wir Aufnahmen machen. Tja. Was ist los hier? What the fuck? Das war ein heikler Moment. Scheiße, Puff. Das war mit Fett. So, gut. Er war umgerannt. Nun gut. Was hab ich denn jetzt? Was ist das? Passte? Äh, ich hab irgendwie... Äh, Call of the Maruft des Meisters verwendet. Aber wollte eigentlich nur schießen. Wie durchheizen. Ist ja hardcore. Ja, wir sind echt ziemlich hardcore. So, warte, warte, ich will... Ich will wirklich sperren. Oh shit, 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 shit. Ich hab da gar nichts. Hast du ihn gelootet? Ey, hier steht Hocker besiegt, Niente, was ist das denn schon wieder? Ja. Ja, das ging ihm wohl zu schnell. Ja, ich hab ja auf ihn geschossen. Da muss ich mal sagen, fick dich, Blizzard, für so eine Scheiße. Sehr geehrter Blizzard. Ja. Sie sind ein dummer Pisser. Ja, aber ich hab auch keine EP bekommen, dass... Ah, doch jetzt. Äh, nee, ich hab tatsächlich, nee, ich hab keine EP bekommen, dass wir die Instanz beendet haben. Ja. Das ist ja, denn, ne? Blizzard, also, da muss man ja gleich mal sagen. So, wir müssen ja die ganze Kacke nochmal machen. Verkackt. Ja. Wissen wir wohl. Bis ich level... Ja, so 26, 27. Naja, wir machen das jetzt mal. Ich geh jetzt raus, dann setzen wir zurück. Und dann renne ich einfach durch. Hm. Dann renne ich einfach durch. Ich kann ja auch die Rätikers annehmen, jetzt geht's vielleicht ein bisschen schneller. Mit erhobenen Mittelfinger. Ja, aber du musst aber rauskommen, sonst kann ich nicht zurücksetzen. Ja, ich bin noch dabei. Mach doch mal hin. Oh. So. Alle Instanzen zurücksetzen. Ähm. Ja, ich steh eigentlich neben dir. Ach so. Wo ist denn dieses Instanzen zurücksetzen? Also, jetzt bin ich in der Instanz wieder. Nein, ich hab doch noch nicht zurückgesetzt. Oh Mann, recht dick auf dein Charakterfenster. Alle Instanzen zurücksetzen. Steht da nicht. Doch, natürlich. Alle Instanzen, unter Instanzoption. Alle Instanzen zurücksetzen. Das steht mir im Schwierigkeitsgrad. Ich hab zurückgesetzt. Ich hab zurückgesetzt. So, wir können hier rein. Sicher? Ja. Das jetzt nicht stimmt, ne? Guck mal. Das ist Bescheid, ne? Ja. Sag mal. Nimmst du eigentlich immer noch auf? Ja. Wie auch willst du das jetzt fragen? Damit alle... Ja. Hä? Aber eine Instanz reicht doch, oder? Ich hab gesagt, ich will durchrennen. Ich mach doch hier. Ich hau ihn noch nicht mal um hier. Nein, ich dachte, du wolltest eine Instanz aufnehmen und dann... Ja, wir waren ja noch nicht fertig. Ach, scheiße. Schneidest du das dann jetzt raus? Ey, komm, jetzt labern nicht. Mach einfach mit hier. Ja, ich werde jetzt erstmal gleich verrecken. Ach, du wirst erstmal gleich... Hättest du mal was gesagt, warum machst du's Maul nicht auf? Echt? Ja, es war... Ungänzlich. Okay. Äh... Ja, ich bin wieder in der Instanz. Oh, man, normal. Kann man das bitte nochmal schön machen? Nee. Bitte. Macht euch nichts raus, du bist die immer. Also, da braucht man auch nichts schneiden, ne? Das lohnt sich sowieso nicht. Oh, man, ey. Bist du jetzt mal wieder am Start hier, oder was? Ja, bin ich. Ich versuch, das hier irgendwie wissenschaftlich zu machen und du... Du spuckst auch meine Arbeit, echt. Tu ich doch gar nicht. Du bist nur minimal ins Mikrofon. Du spuckst nur minimal ins Mikrofon? Ja, ich puste. Ich puste. Also, so. So, lauf mal vorbei, da. Oh Gott, naja, egal, das sag ich später. Ja, ja, bestimmte Sachen soll es vielleicht später machen. Ah, kacke, das ist auch nur die falsche Seite. Ja, aber den braucht man halt auch, ne, um die Instanz zu beenden. Den hatte ich ja schon. So, ich versuche jetzt wieder professionell zu sein. Puh, wir kriegen das hin. Professionell? Also, das kennen wir, das kennen wir nicht hier. Nein. Das ist ja auch, ich habe hier vier Sachen, die gleich aussehen. Das eine heißt, und die können natürlich nicht auch unter das decken, weil die alle unterschiedlichen Namen haben, aber die haben aber alle das gleiche Symbol. Inaktives Elementargranulat, inaktiver Elementarspahn, inaktiver Elementarpartikel und inaktives Elementarkörnchen. Wie super unnötig. Ah, wer braucht denn so einen Scheiß? Egrau. Manu. So, fertig. Oh, shit, 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 shit. Ich kriege in diesem Raum immer Akku. Ich sollte vielleicht nicht einfach dann da zurückziehen. Genau. Was wäre schon mal guter Kran. So, ich kann mir was, Hockers Glitzerkram, ich glaube, das nehme ich. Auf jeden Fall. Oder Augenklappe. Augenklappe, Augenklappe des Schützenkommandants. Ähm, machst du hier noch die Nebenkammer? Für die Allianz. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah. So, das ist ja auch noch eine. Jetzt muss ich noch schnell nach vorne, denn ich muss immer ein Quest abgeben. Denn die 30 Silber, das sind mir bestimmt nicht hingehen. Nee, die 30 Silber. Die guten 30 Silber, ne? Wer den Pfennig nicht ehrt, ne? Ist, äh, ja. Der darf auch keine Bananen essen. Ganz genau. Was auch so nah, hier der Zusammenhang ist. Da sind sie ja schon. Aber es gibt hier gar keinen Ruf, ne? Echt nicht? 15 Silber. Ne, stimmt, hier gibt es echt keinen Ruf. Na toll. Aber... Na toll. Hm. So. Man kämpft hier in der Sache von Sturmbind und der Allianz und der Menschen und überhaupt. Dann sind wir hier ja fertig. Ja, sind wir. Schön. Schön. Dann auf zur nächsten. Das ist nicht. Vielen Dank.